Ist gut Diggi, Nuno! Ist gut jetzt, ja, 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 krieg dich mal ein jetzt. Er verliert hier hinten ein bisschen Fell irgendwie, muss auch mal sehen, was das ist. Hey, hallo Suri! Hallo Isi, guck mal, wer da ist. Diggi, 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 Diggi! Boah, Nunchen, du wirst mal sooßen auf der Bank da, ey, du bist ja echt mega aufgeregt. So viel zu heiß, um aufgeregt zu sein, ha? Diggi! Hallo! Pass auf, wie grün darf weinen. Fein, habt euch wieder beruhigt, ja, ein bisschen. Oh, älter Sack, ey. Diggi, vorsichtig, nicht wehtun. Ey, sag mal, auf den Schoß setzen hier, das geht ja richtig voll ab. Ja, er ist immer später mit dem Fell verlieren, er hat immer erst Anfang Juli. Ja, ist doch Polar, ne? Ja, genau, das dauert länger bei denen. Ja, das war's jetzt mit den Keksen. Ja, was wolltest du, Ingo, trinken? O-Saft, Wasser... Ja. Was ja gemischt sein wird. Ja.